Herr Gresshake, können Sie uns bitte die Essener Berufskollegs vorstellen? Liebe zukünftige Schülerinnen und Schüler unserer Berufskollegs, ich lade Sie herzlich ein, sich mit uns auf Ihre berufliche Zukunft vorzubereiten. Die Essener Berufskollegs bieten Bildungsgänge in vielen verschiedenen Bereichen an. Um den Menschen geht es in den Schwerpunkten Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Gesundheit, Körperpflege und Kosmetik, Erziehungswissenschaften oder bei Ausbildungen zu Kinderpflegern, Kinderpflegerinnen und Sozialassistentinnen, Sozialassistentinnen. Wenn Sie gerne in der Natur arbeiten, ist der Schwerpunkt Gartenlandschaftsbau und Agrarwirtschaft für Sie richtig. Im technischen Bereich finden Sie die Schwerpunkte Bautechnik, Druck- und Medientechnik, Elektrotechnik, Gestaltungstechnik, Fahrzeugtechnik, Holztechnik, Informatik, Metall- und Maschinentechnik, Sicherheitstechnik und Textiltechnik. Ein weiterer großer Bereich ist Wirtschaft und Verwaltung mit zum Teil speziellen Angeboten. Sie legen sich nicht fest, wenn Sie sich für einen Schwerpunkt entscheiden, denn aufgrund der Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch sind alle Abschlüsse gleichwertig und anerkannt. Aufgrund der vielen beruflichen Schwerpunkte unserer Berufskollegs können Sie sich jetzt schon durch höhere Abschlüsse gezielt auf einen hochwertigen Ausbildungsplatz in einer bestimmten Branche oder auf ein Studium vorbereiten. Hauptschulabschlüsse, den mittleren Schulabschluss, die Fachhochschulreife und das Abitur können Sie mit uns erreichen. Wenn Sie eine duale Ausbildung beginnen, besuchen Sie automatisch eine Berufsschule. Mitbringen sollten Sie Lust zum Lernen und Neugier auf Neues. Herzlich Willkommen an den Berufskollegs der Stadt Essen. Dankeschön. Vielen Dank.